So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet und ihr seht richtig, der Titel ist kein Clickbait, denn heute geht die Post ab. Ich habe es gewagt, ich habe mich dazu entschlossen, aber erstmal muss ich meine App öffnen, denn wir haben heute drei Dinge vor. Aber erstens werde ich heute meinen Level 48 Aufstieg machen, zweitens werde ich heute meine Edition wählen, rot oder grün, ihr wisst ja, wenn ihr das Ticket gekauft habt, für den Kandotag, der am Wochenende, am Samstag stattfindet, müsst ihr eine Edition wählen. Bisher habe ich mir noch Zeit gelassen, obwohl mir ja eigentlich klar war, welche Edition ich wählen muss. Und ich kann auch heute erst meinen Level 48 Aufstieg machen, da heute das achte Mal die wöchentliche Belohnung erreicht wird, müsste, könnte, müsste auf jeden Fall dann irgendwann aufblitzen. Und im Titel seht ihr es schon, 1000 Euro für 100% Mewtwo, was auch ganz wichtig ist. Ihr seht den Mewtwo Hintergrund, ihr wisst, der Kandotag am Wochenende, alle Leute reden über Mewtwo, Mewtwo hier, Mewtwo da, jeder will Mewtwo haben. Wir holen das jetzt hier ab, wir nehmen uns die Belohnungen mit, zwei Eierplätze waren auf jeden Fall auch frei, Level 48 Aufstieg ist da. Da gibt es ergeblich also auch eine neue Spezialforschung auch, muss ich mir gleich mal angucken. Wir können uns auch die Aufgaben angucken überhaupt, die für Level 49 vonnöten sind. Ist schon wieder was fertig geworden, geht halt immer einfach von alleine fertig. Level 49 Voraussetzungen, die Erfahrungspunkte sind da. Tausche 10 Mal mit Pokémon, die mindestens 300 Kilometer voneinander entfernt gefangen wurden, erhalte 50 Glücks Pokémon durchtauschen und schicke 500 Geschenke an Freunde. Ihr wisst ja, dass man pro Tag 100 Geschenke verschicken kann. Ich eh jeden Abend ab 23 Uhr meine Geschenke verschicke, 100 an der Zahl. Und das also mindestens jetzt 5 Tage dauert, aber ich denke, ich werde mit den Geschenken eher fertig sein, als mit den 50 Glücks Pokémon. Da haben wir jetzt natürlich gewartet, es ist ja momentan erhöhte Glücks Pokémon Chance und erhöhte Glücksfreunde Chance. Einen Tausch mit Jülchen möchte ich heute auch noch machen, einen Tausch mit Heiko möchte ich dann morgen machen. In der Zwischenzeit gibt es vielleicht wieder einen neuen Glücksfreund, wieder einen neuen Glücksfreund, dass man die abarbeitet. Und nebenbei muss ich sowieso jetzt theoretisch jeden Tag 100 Pokémon tauschen, eben um das Event, das Valentins Event jetzt noch auszunutzen, um diese 50 Glücks Pokémon voll zu machen. Anders als andere habe ich nämlich immer, wenn ich einen Glücksfreund hatte, den direkt verbraucht mit einem Spezialtausch und habe jetzt halt zwei garantierte und 48 muss ich durch Zufall bekommen. Ist aber egal, so kann ich jeden Tag eine Trade Session sozusagen machen. Vielleicht schaffen wir es mal eine auch noch onscreen zu bekommen, je nachdem, aber es ist die Woche wieder so viel los. Ich würde eher denken, ich mache das einfach so nebenbei. Jojo hat auch ein paar Somnium gefangen. Fehlt mir ja eh der Glückseintrag wegen neuen Pokémon und so, kann man das auch mitmachen. Hannes ist immer bereit, Thomas ist bereit, Gabriel ist bereit. Es haben sich schon viele gemeldet, wo wir das einfach in Ruhe machen können. Das also Level 48, Glückwunsch Ramses, feine Sache. Dann wollen wir jetzt endlich hier drauf und wollen endlich unser... Jetzt bin ich über dem Aufbewahrungslimit. Jetzt wollen wir aber endlich hier drauf und wollen unsere Edition wählen. Ihr wisst ja, ihr konntet eure Edition wählen, ob Rot oder Grün. Ich habe gesagt, ich bin Team Gelb. Es gibt Team Blau und Team Rot. Wenn ich bei der Edition jetzt Rot nehme, dann klingt das so, als würde ich mein Team verraten und irgendwas mit den Roten am Hut haben, was ja nicht so ist. Also bleibe ich neutral und nehme das Grüne. Obwohl das Grüne ja im Prinzip in Japan erschienen ist, während bei uns das Blaue entschieden ist, steht jetzt Grün für Blau. Also verrate ich mein Team trotzdem und gehe auf Blau. Es ist aber ein Verrat um die Ecke gedacht, weil es ist ja Grün und nicht Blau und es ist nicht Rot. Also möchte ich natürlich Grün auswählen. Dann gab es Leute, die gesagt haben, da gibt es einen kleinen Trick. Denn je nachdem, welche Edition ihr wählt, kriegt ihr ja die Medaille dafür. Und dann gab es Leute, die haben einfach beide Medaillen gehabt. Die haben gesagt, da gibt es einen Trick. Ihr müsst einfach auf beides gleichzeitig drücken und dann kriegt ihr genau beide Medaillen. Wir können das ja mal ausprobieren. Im Endeffekt mache ich das Spiel jetzt kaputt. Wenn wir auf beides gleichzeitig drücken... Nein, ich möchte nicht die Rode wählen. Oh Mann, wir probieren es nochmal. So, da tut sich nichts. So, ja ich will die Grüne. Gut, ich denke mal, es hat einfach nur die Grüne ausgewählt. Es hat die Grüne aktiviert. Also eigentlich ist es auch komplett sinnlos. Wir haben jetzt auf jeden Fall Grün ausgewählt. Wie will man denn beide auch drücken? Es funktioniert eh nur einer. Wir gehen mal zurück und theoretisch müssten wir auch jetzt unsere Medaille bekommen. Für die Grüne Edition mit einem Bisa-Flor. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich fand die Rode Medaille einfach cooler. Die sah, also meines Erachtens, sah die einfach besser aus. Sah heftiger aus. Hier weiß ich nicht. Sieht ganz interessant aus. Okay, aber Rot sah heftiger aus. War einfach einschüchternd da. Wir können sie aber mal direkt im Profil betrachten. Wenn wir die hier dazwischen haben, da kommt wenigstens das Grün zum Vorschein. Das Grün kommt durch. Wir haben also endlich auch unsere Grüne Edition gewählt. Level 48. Grüne Edition. Dann, was war noch? Warum ich Grün gewählt habe, war auch oft gefragt. Grün einfach, weil... Weiß ich nicht. Weil ich die Farbe schöner finde als Rot. Und der große Unterschied zwischen den zwei exklusiven Sachen auch. Die Rode Edition bekommt Kigli vermehrt aus dem Rauch. Neu als Shiny. Und die Grüne Edition bekommt Nokchan aus dem Rauch. Vermehrt als Shiny. Nokchan ist im Prinzip dann grünlich. Kigli ist auch im Prinzip grünlich. Aber Nokchan hat ja rote Boxhandschuhe, die dann bläulich werden. Und so sieht das Shiny einfach viel spektakulärer aus. Einfach nur, weil es blaue Handschuhe hat. Als das Kigli, was wir sehen. Dann das nächste Ding. Ich habe jetzt 14.443 Coins. Ich habe letztens einmal aufgeladen. Denn ihr habt das ja im Stream vielleicht mitbekommen. Bei mir ging gar nichts mehr. Alle Coins waren leer. Und ich konnte nicht aufladen und gar nichts. Jetzt habe ich gedacht, es kommt dieser Kando-Tag. Und ich möchte unbedingt ein 100% Mewtwo abgreifend mitnehmen. Ich werde da richtig rein-cashen, rein-suchten. Deswegen war ich heute unterwegs und habe 1000 Euro Google-Guthaben aufgeladen. Ihr müsstet das sehen, wenn ich jetzt hier draufgehe. Möchte da einkaufen, steht da 1001 Euro und 76 Cent. Wir kaufen jetzt einfach mal hier das Zeug. Sieht man das, was ich da hinschreibe? Ja, das ist ja dumm. Das hätte ich ja vorher schon mal machen müssen. Mein Gott. Ich gucke mal, ob das jetzt geht, wenn ich das hier hinschreibe. Einfach so. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. So, ist in Bearbeitung. Da steht Zahlung erfolgreich. Jetzt kriege ich Punkte dazu. Jetzt werden die Coins aufgeladen. Ach, ist das heftig. Und das machen wir jetzt so oft, theoretisch, bis wir alles ausgegeben haben. Und bis wir alle Coins aufgeladen haben. Jetzt haben wir noch 800, noch was. Müssen wir auch wieder kaufen. Müssen wir auch wieder eingeben. Hätte ich das gewusst, hätte ich das vorher gemacht. Aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es war so ein schwerer Schritt. Ich kann nicht gleichzeitig reden und schreiben, merke ich gerade. Es war so ein schwerer Schritt, da hinzukommen. Ich habe in letzter Zeit etwas Geld gesammelt. Ich habe meine Media Book Sammlung auch aufgelöst. Ich habe da viele Sachen verkauft. Ich habe dann Geld bekommen. Ich habe das alles auf PayPal gehabt. Und normalerweise habe ich meine Sachen immer so aufgeladen, dass ich einfach im Shop auf die Box gehe und dann über PayPal bezahle, das von PayPal direkt abbuche. Egal, ob ich Geld auf PayPal habe oder nicht. Weil PayPal sich ja schön das Geld nachträglich dann vom Bankkonto zieht, aber halt erstmal bezahlt. Jetzt habe ich... Uh, du hast einen Platiner halten. Das verstehe ich auch nicht. Weiß jemand, was das ist? Jetzt habe ich hier eine Platin-Medaille behalten, weil ich so viel Zeug einkaufe. Jetzt wollte ich das immer per PayPal bezahlen. Es ging aber nicht. Ich konnte nicht per PayPal bezahlen. Das war richtig räudig. Denn du hast das ganze Geld auf PayPal gehabt. Du konntest aber nicht per PayPal bezahlen. Es stand jedes Mal da, PayPal nicht verfügbar. Ich habe das auch neu verknüpft. Habe gedacht, vielleicht gab es einen Fehler irgendwie. Du kannst den nochmal unten bei Zahlungsmittel hinzufügen. Kannst du nochmal PayPal auswählen. Habe also PayPal nochmal ausgewählt. Dann musste ich wieder einen Bestätigungscode eingeben. Ich musste... Habe eine SMS gekriegt. Habe da nochmal was bekommen. Ich musste meine Identität nochmal bestätigen. Ich musste das authentifizieren. Mich identifizieren. Das authentifizieren. Alles mögliche drumherum. Es war auf jeden Fall richtig merkwürdig. Mhm, 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 mhm. Und am Ende ging es immer noch nicht. Jetzt habe ich gedacht, okay, ich kann damit nicht bezahlen. Warum auch immer. Machst du es halt anders. Gehst du auf eine Internetseite. Haben ja auch in der Fangruppe ein paar Leute gesagt. Geh doch einfach auf Aufladen.de oder Guthaben.de oder so. Da kannst du doch einfach einen Google-Code werben. Der wird dir per E-Mail geschickt. Und du bezahlst das dort per PayPal. Dann musst du mit der App nicht PayPal. Wenn das Probleme macht, bezahl dort per PayPal. Habe ich gemacht. Habe ich alles in Einkaufswagen. In den Einkaufswagen gepackt. Und was ist passiert? Es ging nicht. Direkt beim Bezahlen wurde es abgelehnt. Bitte nehmen Sie eine andere Zahlungsmethode. Das heißt, ich hatte die 1000 Euro auf PayPal. Ich konnte sie aber nicht einlösen. Und das hat mich schon ein bisschen frustriert. Dann habe ich gedacht, weil Leute meinten, na, geh doch auf Amazon. Bezahl doch bei Amazon. Hol es dir bei Amazon. Amazon ging aber auch nicht. Weil Amazon hat keinen PayPal als Zahlungsmethode. Die haben eben nur Bank. Und was nützt es mir, wenn ich das Geld auf PayPal habe. Und ich damit eigentlich immer bezahle. Ich jetzt aber da per Bank bezahle. Und das Geld von der Bank abgehe. Dann ist das bei PayPal ja immer noch drauf. Klar haben Leute gesagt, du überweisest dir halt von PayPal auf die Bank. Und kaufst dann dort und bezahlst dann mit der Bank. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man einfach wirklich mit PayPal das bezahlt. Oder irgendwo muss irgendeine Lücke sein, warum das nicht geht. Ich habe dann gesehen, auf der PayPal-Seite selber kann man auch Gutscheine erwerben. Und direkt mit PayPal bezahlen. Also spätestens das hätte ja funktionieren müssen, wenn man direkt auf der PayPal-Seite ist, dachte ich. Ging aber auch nicht. Wurde auch abgelehnt. Das Konto wurde dann auch gleich gesperrt. Wegen außergewöhnlichen Aktivitäten. Gut, ich muss sagen, ich war dann gierig. Ich wollte gleich die 1.000 mit einmal machen. Also habe dann 10 Gutscheine ausgewählt. Ging auch nicht. Immer wieder kurz eine Pause, wenn ich das Passwort eingeben muss. Ging also auch nicht. Habe ich gedacht, ja, kein Problem. Rufst du bei PayPal jetzt mal an. Dann wird sich das auf jeden Fall klären. Wenn du anrufst und sagst, dass du hier stehst und du bist der, dem das gehört. Und du möchtest einfach nur hier dein Guthaben kaufen und möchtest das mit PayPal bezahlen. Aber wie immer es so ist, der Mensch ist einfach nur ein Mensch und die Technik hat den Mensch schon längst besiegt, was ich da wieder gemerkt habe. Denn die Frau am Telefon konnte mir auch sagen, sie kann dann nichts machen. Wenn das System das ablehnt, weil das System dahinter einen Hacker vermutet oder dass das Geld unrechtmäßig abgebucht werden soll oder dass halt jemand, ja, versucht irgendwas zu kaufen, was ich nicht möchte, dann wollen die mich schützen und deswegen lehnen die permanent diese Zahlung an Google ab. Aber es war dann egal, ob ich nur 1.000 Euro bezahlen will oder ob ich wirklich nur 100 Euro für eine Google-Karte bezahlen will. Selbst die 100 Euro wurden ja abgelehnt, um mich zu schützen. In dem Moment hat es mich ja nicht geschützt, in dem Moment hat es mich ja einfach nur eingeschränkt, weil ich einfach, ich konnte ja nichts mehr machen. Ich konnte es nicht nutzen. Mein Guthaben, mein Guthaben war da drauf gefangen und sie haben sozusagen mein Geld einbehalten. Ihr seht jetzt auch, ich kann nichts mehr kaufen. Ich habe jetzt 11,85 Euro noch übrig. Zack. Wir haben aufgeladen und haben insgesamt jetzt 144.943 Coins. Die sollten theoretisch jetzt erstmal reichen. Ich packe das mal da oben hin, so als Bild erstmal. 144.943 Coins. Sieht gut aus. Aber das hat mich so geärgert auch alles. Das mache ich hier mal zu. Denn ich dachte, das kann doch nicht sein. Was machst du jetzt? Jetzt musste ich wirklich los, musste in den, musste in den Rewe, musste das wirklich dort vor Ort kaufen. Aber selbst dort vor Ort hat die Kassiererin gesagt, da müssen wir erstmal sehen, ob das überhaupt geht. Das ist so eine hohe Summe. Jetzt hat sie 10 Karten drüber gezogen, jedes Mal mit 100 Euro. Und die Leute haben alle geguckt und gedacht, boah, ich will auch Pokémon spielen. Und es wurden alle 10 angenommen. Es wurden alle, ich habe ihr 1000 Euro gegeben. Und dann plötzlich bucht es eine Karte zurück, wirft die wieder raus und sie sagt, ich muss dir 100 Euro wiedergeben. Die eine ging nicht. Boah, welche ging jetzt nicht von den Ganzen? Wir mussten alle Karten nochmal durchgucken und die Nummern vergleichen. Dann hat sie die Kasse zugemacht, hat mir die 100 Euro gar nicht wiedergegeben, hat dann den Marktleiter geholt, der soll da eine andere Kasse, die eine, die zurückgebucht wurde, einfach nochmal drüberziehen. Jetzt hat sie aber meinen 100 Euro noch gehabt. Jetzt mussten wir da die Kasse nochmal aufmachen, dann mussten wir an die andere Kasse. Der wusste gar nicht, was los ist. Da habe ich gesagt, nein, alles gut. Die 9 Stück habe ich bezahlt, die eine brauche ich auch noch. Einfach drüberziehen, zack, dann hier nochmal 100 Euro. Eigentlich hat Kollegin schon, gib gleich raus, gib mal da weiter. Und dann bin ich da rausgegangen mit 10 Google Play Karten zu je 100 Euro, also insgesamt 1000 Euro für Google Play und bin heim, musste mich hinsetzen, musste alles freirubbeln, musste alles eingeben, musste alles aufladen, damit ich es jetzt wieder ausgeben kann. Und es war wirklich ein kräftezehrender Prozess und vorher hatte ich mich so mega gefreut. Ich glaube, ich habe mir das hier irgendwo hingespeichert. Diese kleinen Bildchen dazu, weil ich dachte, boah, das ist heftig. Guck dir das an, wie das ausschaut. Habe ich hier das gehabt? PayPal. 1000 Euro. Yeah. PayPal-Guthaben, 1000 Euro. Wird bezahlt. Kein Problem. Nimmst du mit. Heftige Sache. Aber ging ja nicht. Also habe ich mir, wieso kann ich hier nicht weiter drücken, sie haben eine Zahlung über 1000 Euro an PayPal digitale Gutscheine gesendet. Dachte ich, super, wunderbar, super Sache. Hier war es dann nochmal aufgelistet. 10 einzelne Gutscheine, jedes Mal insgesamt 1000 Euro. Und dann kam die Ernüchterung mit der E-Mail, dass es ein bisschen dauert, bis das bearbeitet wird. und nach der Bearbeitung kam, es wurde storniert und das Geld wurde mir zurückgezahlt. Zack. Weil verdächtige Aktivitäten. Aber, wenn ich 100 kaufe, geht es nicht. Genauso wie, wenn ich 1000 kaufe, geht es nicht. Wenn ich woanders kaufe, geht es aber auch nicht. Weil ich irgendwie nirgends wo mit PayPal Google bezahlen kann. Wenn ich jetzt irgendwo mir was zu essen bestelle und per PayPal zahle, funktioniert. Sobald ich aber bei Google irgendwas bezahlen möchte, lehnt es das ab. Also irgendwo muss PayPal ja jetzt mich vor Google schützen wollen und haut mich deshalb jedes Mal wieder raus. Aber die Dame hat gesagt von PayPal, nö, sie sieht nichts. Bei Konfliktlösungen oder Problemen steht auch nichts drin. Alles easy, alles clear. Das Konto ist frei. Ist verfügbar alles. Aber wenn das System sagt, es möchte nicht, dann kann sie auch nichts machen. Auch wenn du dastehst und sagst, ich bin der. Hier ist mein Konto, hier ist mein Ausweis, hier ist meine Karte, das ist alles. Bitte, ich möchte doch nur das kaufen mit meinem Geld. Die Leute haben mich da bezahlt auf dieser Plattform und das Geld auf dieser Plattform möchte ich jetzt auch ausgeben. Nö, nö, das System sagt, der Computer sagt, nein. Und dann behalten die das und fertig. Jetzt habe ich schon gelesen, ich habe das auch bei uns in der Gruppe vorhin, gesagt, erst mal der Hype, der Hype kommt mit Mewtwo, erst mal was aufladen. Jetzt gab es Leute, die sagen, boah, du bist voll krank und dann gibt es Leute, die sagen, boah, gib mir auch was ab und dann gibt es Leute, die sagen, ha, heftig. Oder halt Leute, die sagen, sinnlos, so eine Verschwendung, das Geld kann man doch viel sinnvoller für was anderes nutzen und deswegen habe ich für euch zum Ende natürlich noch eine Frage, die ich wirklich sehr wichtig finde, da die ganze Zeit die Leute auch gesagt haben, wie sieht das jetzt aus? Hast du dir das Ticket gekauft? Soll ich mir das Ticket kaufen? Lohnt sich das? Kostet ja immerhin 12 Euro. Wer ein Hobby hat und wer wirklich Spaß an seinem Hobby hat, der soll doch einfach auch für sein Hobby mal was investieren. Andere, die kaufen sich eine Packung Zigaretten Big Pack für 12 Euro, rauchen das an einem Tag leer, hängen rum und yeah. Ich bin nicht Raucher, sollen die Leute rauchen, wenn sie möchten, aber da geben sie ja Geld aus, aber bei sowas, wo sie eigentlich Spaß dran haben, wo sie ein richtig besonderes Erlebnis, ein Event, ein sonst wie, denen wird da was geboten. Schade, dass man nicht noch hinfahren kann und kann sich es vor Ort angucken, weil es eben weltweit für alle ist. Finde ich, ist es nicht verwerflich, für sein Hobby was auszugeben. Ob man nun in die Türkei fliegt, jedes Jahr dreimal und dann da einfach am Strand sitzt und guckt. Andere sitzen halt in ihrem Garten und gucken und genießen die Sonne und haben da einen Whirlpool stehen oder irgendwas. Du musst gucken, was machst du in deinem Leben, für was gibst du dein Geld aus? Okay, aber was heißt was Sinnvolleres? Das weiß ich nicht. Ist das sinnvoller? Ich meine, ich habe jetzt den YouTube-Kanal, ich kriege regelmäßig auch ab und zu Spenden von euch. Ihr spendet dafür aus Dank oder um mich zu unterstützen, damit ich auch was machen kann. Wir hatten letztens die Situation in der Raid Mania, ich konnte keine Pässe mehr kaufen, weil ich kein Guthaben mehr hatte und ich hatte kein Guthaben mehr, weil ich kein Guthaben aufladen kann. Normalerweise drückst du einfach im Shop dann auf die Box, zack, Paypal, regelt, wird bezahlt, hast Coins, kannst weitermachen. Aber es geht ja nicht. Bevor ich jedes Mal jetzt da stehe, wenn ich eh in regelmäßigen Abständen aufladen muss und jedes Mal das Problem habe, boah, ich brauche gerade einen Pass, jetzt müsste ich extra erst zur Tange fahren, müsste da so eine Karte kaufen, muss die freiruppeln, muss das eingeben, muss das aufladen, kann das umsetzen. da lieber einfach mal mit einem Bündel aufgeladen, den Rest des Jahres Ruhe haben, einfach mal spielen und sich nicht einfach Gedanken machen, boah, der hat mir eine Einladung geschickt, nehme ich die jetzt an, ist halt wieder ein Fanrate-Pass, wieder ein Euro weg, muss ich mal gucken, ich habe nicht mehr so viele, dann müsste ich wieder aufladen, einfach mal, oh, der lädt ein, ich mache mit, zack, habe ja noch 10 Glücks-Eier, mache ich eins an, mache danach noch was anderes, nutze das einfach aus, einfach spielen, ohne sich die ganze Zeit Gedanken zu machen und ihr unterstützt mich, ihr gebt mir was, ich packe das hier rein, weil das mein Hobby ist, weil ich das cool finde, weil mir das Spaß macht, weil ich einfach da richtig reinsuchten möchte gerade und möchte so auch wieder was bieten an Content, kann dann wieder auch mehr andere Sachen machen und zeigen und alles, was ja auch mit Geld zu tun hat und jede Forschung, die kommt, muss ich ja sowieso filmen und zeigen oder wir spielen die zusammen, ist ja eigentlich auch immer Geld, selbst die Leute, die sagen, sie kaufen das nicht, können ja dann gucken, was ist, wenn man sich das gekauft hat, was kriegt man denn dann oder wie läuft das nun wirklich ab und dieser Ablauf auch, was dazu kommt, viele haben auch wieder gefragt, wie sieht das aus, Kandontag, Kandontour, was geht alles bei der Kandontour ab, also hier ist nochmal sozusagen eine kleine Zusammenfassung, wir müssen das nochmal erwähnen, am Samstag, 20. Februar, 9 Uhr bis 21 Uhr Ortszeit, stellt euch den Wecker, spielt, nutzt den ganzen Samstag, es sind 12 Stunden, die ihr zocken könnt, ihr bekommt eine Spezialforschung, wenn ihr das Ticket habt, am Ende gibt es ein Shiny, Ditto für alle, was auf jeden Fall sehr cool ist, sag ich mal dazu, guckt es euch an, sieht doch süß aus, jetzt hat sich sogar bewegt, und wenn ihr das abgeschlossen habt, kriegt ihr die zweite Spezialforschung, Meisterarbeit, wo ihr am Ende ein Mew bekommt, aber Vorsicht, viele haben jetzt schon gesagt, sie drehen durch, hast du die Aufgaben gesehen, Level 40 erreichen, wie soll ich das machen, ich bin gerade mal Level 38 geworden, wie soll ich innerhalb eines Tages plötzlich Level 40 erreichen, das für Mew, die wo wirklich Mew rauskommt, dafür habt ihr Zeit, die müsst ihr nicht an diesem Tag lösen, Level 40 erreichen, sobald ihr Level 40 dann habt, sozusagen, kriegt ihr euer Shiny Mew, wer jetzt anfangs ist, kann sich die holen, kann da mitspielen, er muss aber halt auf sein Mew warten, finde ich gar nicht so verkehrt, als jemand, ich mache mir jetzt einen neuen Account, und habe direkt Shiny Mew, fertig, ich bin der Beste, nö, andere, die spielen schon so lange, die sind Level 40, und irgendwo muss man dann mal eine Grenze ziehen, wer hat halt erst angefangen, wer ist neu dabei, wer spielt regelmäßig, oder wer spielt mehr als erlaubt, ne, dass diese Leute eben an sowas schneller rankommen, als welche, die erst angefangen haben, gerade, sondern, dass man sich das wirklich erarbeiten muss, auch irgendwo, auch 30 Pokémon aller Typen fangen, 18 verschiedene, 151 einzigartige Pokestops drehen, verschiedene, nicht 151 mal den gleichen, wo auch Leute gesagt haben, wie soll ich das je machen, in meinem Dorf ist gar nichts, aber, die Situation wird ja auch mal wieder anders, vielleicht Corona ist mal wieder weg, ihr mit euren Eltern sagt wieder, hey, wir fahren wieder in die Türkei, dieses Jahr, aber bitte in eine andere Stadt, weil dort habe ich schon alles erdreht, ich brauche eine andere Stadt in der Türkei, und wenn ich dann im Urlaub bin, und wir mal durch die Stadt laufen, da kann ich ein paar Stops drehen, und das sind Stops, die habe ich vorher noch nie gedreht, das zählt für meine Aufgabe, dann nächstes Jahr, fahren wir nach Ägypten, yeah, da drehe ich die restlichen Stops, und 151 Kilometer laufen, kommt ja auch von alleine, also macht euch nicht verrückt, macht euch nicht tot, das kommt alles nach und nach, und es wird auch 10 verschiedene Go-Tour-Collection-Challenges geben, ihr habt jetzt immer diese Collection-Challenges, wo es euch bestimmte Pokémon anzeigt, die ihr fangen sollt, und wenn ihr die gefangen habt, zählt auf eure Medaille das drauf, und am Kando-Tag wird es einfach 10 verschiedene davon geben, die müsst ihr aber auch nicht alle am Kando-Tag abschließen, sondern ihr habt, glaube ich, Zeit bis zum, wo steht das, bis zum 28. Februar, 20 Uhr, 10 verschiedene Collection-Challenges, einmal gibt es 5 Stück, was sich danach richtet hier, ob ihr jetzt die rote Edition, oder die grüne Edition habt, einmal müsst ihr halt, aus dem Rauch, in eurer Grünen, bestimmte Sachen fangen, und einmal müsst ihr, wenn ihr grün seid, von den Roten euch, bestimmte Sachen tauschen, also auch durch das Tauschen, das Tauschen ist ein wichtiger Faktor an dem Punkt, deswegen habt am liebsten jemanden an eurer Seite, wenn ihr Rot habt, dass der Grün hat, oder wie bei uns, Pupsi hat gesagt, ich soll einfach wählen, was ich möchte, ich habe gesagt, dann nehme ich Grün, hat sie gesagt, gut, dann nehme ich Rot, dass wir uns auch austauschen können, wir helfen uns dann gegenseitig, wir tauschen da, fertig, zack, es gibt diese Raid Collection, Entwicklungs Collection, und Feldforschungs Collection, das sind 5 Sachen, plus 5 andere, die an die bestimmten Städte von Pokémon, den Pokémon Spielen geknüpft sind, und dafür gibt es auch einen Zeitplan, der euch zeigt, das sind wie Habitade, wie bei Go-Festen bereits vergangenen, wie Habitade, die stündlich wechseln, und stündlich ein anderes Habitat wieder hier hervorkommt, Alabastia, Mamoria, Azuria, Fuchsania, die Pokémon Liga, dann wieder Alabastia, Mamoria, Azuria, Fuchsania, Pokémon Liga, und dann 19 Uhr, alles gleichzeitig, und je nach Habitat wird es sicherlich verschiedene Aufgaben, Pokémon, Belohnungen, sonst was geben, das heißt also, das ist abwechslungsreich, das wird ein riesen Event, das wird eine Menge Spaß bieten, es wird viele neue Shinies geben, alle reden nur von Mew, ich sag, gebt auch Paras eine Chance, mit seiner Entwicklung, gebt Habitak eine Chance, mit seiner Entwicklung, guckt auch auf Relaxo, wieso hat keiner Relaxo auf dem Schirm, Nocchan, Kikli, Ditto, Mew, alles dabei, alles auf jeden Fall coole Sachen, dann, die drei Vögel sind wieder da, wer die noch nicht hat, Mewtwo ist da auf jeden Fall, und es ist sogar so, selbst wenn ihr an dem Samstag keinen einzigen Raid macht, habt ihr trotzdem ja Zeit, bis zum 28. eure Collection voll zu machen, und nachträglich Raids zu machen, oder es gemütlich anzugehen, ihr könntet den 20. also komplett nutzen, einfach nur für Pokémon fangen und tauschen, fangen, tauschen, Feldforschungen, sonst was, ihr müsstet an diesem Tag gar nicht raiden, dann gibt es noch ein Fazit, und dann gibt es noch was anderes, von mein MMO, was die jetzt hier rausgefunden haben, und zwar, wird es insgesamt sogar wohl 5 Spezialforschungen an dem Tag geben, das Abenteuer eines Trainers, die Kantotour-Forschung, die begrenzte Forschung zur Kantotour, die Meisterwerk-Forschung, und all das Seekadern, wie ihr seht, haben wir hier 8 Kapitel, hier haben wir 8 Kapitel, hier haben wir 4 Kapitel, hier haben wir 4 Kapitel, und hier haben wir auch 4 Kapitel, also, wie heftig klingt das, 5 Forschungen, zur Kantotour, und dem Kantotag, und allem anderen, denn direkt nach dem Kantotag, beginnt ja nochmal die Kantotour, ja, das heißt, ab dem 21. habt ihr wieder eine Woche, wo ihr auch wieder bestimmte Sachen machen könnt, bestimmte Raids habt, und vor allem auch von den Gen 1, C-Day-Pokémon, wenn ihr die entwickelt, auch wieder die C-Day-Attacken bekommt, wenn ihr jetzt noch ein heftiges Glurak braucht, mit Lohe Kanonade, entwickelt euch das, ein Hunderter entwickeln, Lohe Kanonade mitnehmen, da eine Mega-Entwicklung drauf, wird auf jeden Fall heftig, wird fett, nimmt man alles mit, finde ich auf jeden Fall interessant, also, diesen Artikel könnte ich, vielleicht unten mal anpinnen, dass ihr euch den nochmal in Ruhe durchlest, aber eigentlich, ihr müsst eigentlich gar nichts wissen, ihr müsst euch eigentlich nur das Ticket kaufen, ihr müsst um 9 Uhr in euer Spiel reingehen, und dann fangt einfach alles, was da rum sitzt, tauscht mit Leuten, raidet, macht die Feldforschungsaufgaben, es steht ja immer da, was ihr machen müsst, um weiterzukommen, aber wichtig, ihr müsst an diesem Tag eine Forschung abschließen, um das Ditto zu bekommen, und mit dem Ditto gleichzeitig auch, die Mew-Forschung freizuschalten, und die Mew-Forschung, dafür habt ihr dann einfach ewig Zeit, deswegen, setzt euch nicht unter Druck, keiner hat verlangt, dass ihr 151 Kilometer an einem Tag lauft, aber die Leute haben gedacht, das ist so, das ist nicht so, das ist Quatsch, egal, das heißt, das können wir auch zumachen, hier seht ihr nochmal das heftige Meftu, ihr habt gesehen, 1000 Euro bei Paypal, geht nicht, 1000 Euro im Rewe, macht auch Probleme, also ladet nicht auf, hin und her, und schreibt nochmal bitte in die Kommentare, was würdet ihr machen, wenn ihr einfach 1000 Euro in die Hand gedrückt bekommt, und wofür würdet ihr das gerade ausgeben? Jetzt kurz vor dem Kando-Tag, ihr bekommt 1000 Euro, was würdet ihr machen? Würdet ihr es in Pokémon Go investieren? Würdet ihr euch ein neues Fahrrad kaufen, einen neuen Fernseher? Würdet ihr einen lebenslangen Vorrat an Bier kaufen? Was würdet ihr mit 1000 Euro machen, wo ihr sagt, das ist sinnvoller investiert, als wie ich das gemacht habe, dass ich das in Pokémon gesteckt habe, wo ich ja eh immer, sobald die Coins leer sind, wieder auflade, und regelmäßig also immer die große Box kaufe, und ich jetzt also erstmal nicht aufladen brauche, ich habe jetzt erstmal und kann in Ruhe zocken. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses mit unendlich Cointrick, am besten ich schreibe das in den Titel, so bekommt ihr 144.000 Pokecoins in Pokémon Go, in Klammern, schnell und einfach Trick. Nämlich, gehst du in Rewe, nimmst dir 10 solch blöden Katten, gehst an die Kasse, bezahlst die, und dann ist gut. Sagst aber am besten so Kassiererin, hier, 5, und dann gehe ich zu deiner Kollegin und kaufe die anderen 5. Zack. Ist sogar noch kürzer, ist sogar noch effektiver. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, bis dahin. Vielen Dank.